In diesem Video werden die wertvollsten Reisepässe gezeigt. Sam hat auch so ein Video gemacht, ich kann es auf Deutsch machen. Hier sind diese hier. Ich bin eigentlich nur gespannt, ob die Schweiz, Deutschland oder Österreich auf Platz 1 ist. Alles andere wäre eigentlich eine Enttäuschung. Okay, Monaco schon hier? Krass, hätte ich nicht gedacht. Vatikan auch hier? Okay, Uruguay. Okay, jetzt kommen eigentlich so die Länder. Mexiko, okay. Ja, also diese Länder haben wir ja nicht gedacht, dass die auf Platz 1 sind. Also, was ich mir auch noch vorstellen... Ich denke wirklich, die Schweiz... Fürstentum Licht und Stein ist schon hier. Okay, Polen. Okay, Tschechien, Malta auch schon. Malta, Digga. USA? Oh, da ist die Schweiz, was? Nein, das gibt es nicht. Scheiße, es ist ein letzter Platz. Und hier ist Österreich. Nein, Deutschland hat gewonnen. Platz 4, Platz 4. Nein, Deutschland auf Platz 3. Platz 1, was? Japan, Digga.